happy birthday to you herzlichen Glückwunsch an Leute die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mal wieder Mech Arena und mal auch wieder den oh ich habe noch zwei punkte ich denke mal Wettbewerb und danach schnelles match viel spaß okay und die erste Runde geht los weil ich mit denen spiele dann spiele ich die ganze Zeit wieder nur mit denen erstmal von vorne an das war mit dem Raketenwerfer hier okay kein schuss mehr schnell wieder rüber rennen so so Hmm. Was sieht aber richtig schlecht aus. Ja. Meine Bots sind nicht so gut hier, die mit mir spielen. Für das Blatt, warum heißt es immer erstes Blut, die Blute noch gar nicht. Die verlieren höchstens Öl. Okay. Noch sieht es besser aus, wie eben gerade. Ah, da ist so eine kleine Mauer. Okay. Stehensicherheitsraketen. Wer nimmt denn hier Raketen auf dieser Map? Naja, habe ich ja gestern auch gemacht. Ninja Master? Oh, das ist so. Ah, schade. 3, 2, 1 Okay, 1-1 Jetzt nimmt... Nein! Ah, jetzt hab ich die Raketenmeerfer genommen. Ich... Ah... Die Artillerie... Wo kann ich denn die benutzen? Hier vorne? Nein. Damit kann man doch nur sterben. Okay. Jetzt ist er weg. Gut. Kommt jetzt der hier dran. Okay, der ist auch weg. Geh doch schnell! Hab ich den hier noch? Ach... Ich gebe jetzt zu dem Scharfschützen. Ich gebe jetzt zu dem Scharfschützen. Dankeschön. 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 Das verlieren wir. Also haben wir verloren. Ach, ich bin der MVP. Der dritte davon. Schön. Dann sag ich mal... Wir sehen uns gleich in der zweiten Runde wieder. Zwei... Drei Quests abgeschlossen. Hurra. Dann bis gleich. Okay. Und da geht auch schon die zweite Runde los. Hier fang ich direkt mit den... Puma. Was ist das? Puma war... Ne, Panther war das. Ich fang mit dem Panther an. Okay. Ach, Mensch. War nicht mein Kill. Aber egal. Gut gewischt. Nice. Nice. Und... Okay. Und weiter geht's. Schiff. 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 Oh, und nach dem! Sintage ich? Beschwerden müssen... Ger, ne? Das geht nicht nach unten! Ja, 1-0, 1-0. Das war eine knappe Runde. Spiel mal gleich nochmal so, wenn das hilft. Oh! Oh! Okay! Also die haben Angst vor mich bekommen, dass sie mich grad schnell abknallen. Was wird den da weg machen? Ja, super! Sieht doch schon mal sehr gut aus für uns. 11-11. 30 Sekunden Verlängerung. Schieß auf den da drunter! Ach! 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 Nee! 14. 15. Das war aber... Los! Wir fangen wieder mit dem hier an! 15. Linke! 1 0 Okay. Okay. Ich glaube nur mit einem. Oh. Okay. Ich denke mal hier sind zu viele Gegenspieler. Zu wenig NPCs. Haben wir. Ah. Die ist Sau. Um die Ecke gucken. Wie immer. Nachspielzeit. Okay. F9. F10. Och ne. Okay. Den habe ich noch bekommen. Nein. Der letzte Schuss ging daneben. Dann wäre es unentschieden gewesen. Egal. Egal. Gut. Was soll ich Ihnen sagen. Das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Jawohl. Nice. Nice. Gut. Dann sage ich mal bis gleich. Okay. Dann geht jetzt die dritte Runde schon los. Und ich habe zwei verloren. Gibt es doch nicht. Ach ja. Wir fangen mit dem wieder an. Obwohl gerade das war knapp gewesen. Aber trotzdem verloren. Stimmverstecke. Fizzi 2. Okay. Oh. Hier vorne ist einer. Was sucht der denn hier? Das wird ein Sieg. Oder auch nicht. Aber ist halt kein Sieg. Äh. Da oben. Jawohl. Lauf ich da. Außer Schusslinie raus. Äh. Das wird nichts. Mal wieder nichts. Drei Niederlagen. Ich probiere mal mit denen hier. Vorne reingehen. Das ist wohl schön aufbauen. Ich f겠습니다. Ich bin darüber nach. Ich bin darüber nach. Hinter mir. Schnell weglaufen, verstecken, nachladen, ok, verstecken, die Wand ist da. Super, da war eine Wand, die sich meine gar nicht schmeißen brauchen. Was macht wer, tanzte da rum? Na ja, drei Niederlagen heute, ne? Was soll's? Man lädt nur einmal. Schlecht gelaufen, heute ist dumm gelaufen. Na dann bleibe ich am besten heute zu Hause und gehe nicht zur Arbeit. Nein, muss gleich los. Dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Mal seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.